Das Reifendruckkontrollsystem zeigt die aktuellen Reifendrücke im Multifunktionsdisplay an. Fehlerhafte Reifendrücke werden ebenfalls dort angezeigt. Die Speicherung der korrekten Reifendrücke erfolgt nach dem Messen und Einstellen der Fülldrücke bei kalten Reifen. Unter Beachtung der Vorgaben auf dem Klebeetikett an der fahrerseitigen A-Säule. Ein Zurücksetzen der gespeicherten Reifendruckreferenzwerte erfolgt ebenfalls über das Multifunktionsdisplay.